Hallo Leute, Willkommen zu ZOMBIE MOVE! Wieso, da so war ich gerade noch, wieso? Mal gucken, was war hier. Was hab ich denn an? Kohle Eier 500 fängt man ja mit an, ne? Als Ersatz geht ja arbeiten, ne? Die Welle 3. Achso. Die Welle 3 hab ich auch noch keinen einzigen gesehen. Was? Ich hör sie aber, ich kann euch nicht sehen doch da. Das ist mein ZOMBIE. Boah, verdäht mir die geile Nunge da. Sollen wir jetzt auch mal erst mal an, oder? Wie ist die? Wie? Nein, mit 10, 10 dunkle Kröten. Wie? 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 Oh, da bin ich ja nicht gerade reinfallen. Ich möchte mal ein bisschen Milikation kaufen. Zack, stirb du Drecksau. Oh, das war die J. Ich mach so nirgendwann laut, ne. Das ist der Rekordox. Das fällt dir genau von meiner Nase. Die Missgeburt. Was ist das denn hier? Okay. Oh, der Bunker geht auf. Was ist denn hier? Ein Clown. Oh, der Bunker. Ach, die stinken ja mit denen. Steh. Ach, die ist auch schon noch beschlossen. Bleib zu liegen. Oh, ich weiß nicht, was mit der Dinger ist. Ich weiß nicht. Ist nicht so ein Knie. Ich weiß nicht, was ich nicht so mache. Oh, ich rette dich. So, wer rettet mich? Gut, da rettet man kollegisch. Komm, wir müssen nur die Welle überleben. Überleben, überleben. Ich verbote, elendig. Kommt heran. Geht doch nichts über kollegisch. Ja, schwache Leistung. Tötet ihr das immer wieder mit dabei? Ja, ich bin. All right, ich bin. Okay. Du musst uns retten, lieber du. Ah, ich bin wieder dabei. Oh, Freunde von Klaus. Vom lustigen Klaus. Der lustige Klaus. Der lustige Klaus war da. Hallo. Ich schieße mir den Weg frei. Bis zum lustigen Klaus kommt. Alle weg, die mir dann am Arsch. Ich schieße mir den Weg frei. Dreckzippe. Ich schieße mir den Weg frei. 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 Und ich schieße mir den Weg frei. Und ich schieße mir den Weg frei. Achso, deswegen. Und die Lieferte, die Leute, auch wenn alle drinchtenctions stehen. Jetzt richtig das Leuteusz iOS Ich brauche mal eine andere, ah, was ist das, ja, ah, ein bisschen mehr, hallo. Ich brauche mal eine andere, ah, was ich? Ich brauche eine Zehe, eine Zehebrotia. Ah! Es kommt wirklich rein. Ja, ich kann dir kommen, ihr wisst. Das war die Szenes Geschichte. Also Munitionverbot. Das war die Szenes Geschichte. Das war die Szenes Geschichte. Das war die Szenes Geschichte. Aber ein paar nehme ich schon mit. Das war die Szenes Geschichte. 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 Das war die Szenes Geschichte.